Schwimmseminar.de Er war unter anderem lange Jahre Mitglied der deutschen Schwimmationalmannschaft und hat bei den Weltmeisterschaften im Schwimm gestartet. Ich werde heute eine Auswahl der wichtigsten Kräftigungsübungen zeigen aus einem großen Repertoire. Viel Spaß dabei! Ein Hinweis von Weg, bei allen Übungen ist es sehr wichtig, dass der komplette Körper unter Spannung versetzt wird. Die erste Übung, Crunches. Eine zweite Übung für die Kräftigung der Bauchmuskulatur, die Ruderübung. Die folgende Übung dient zur Kräftigung der geraden Bauchmuskulatur und der schrägen Bauchmuskulatur. Eine sehr effektive Übung, um die Bauchmuskulatur zu kräftigen, ist der sogenannte Käfer. Die nächsten Übungen dienen der Kräftigung der Rückmuskulatur. Die erste Übung daraus, wechselseitiges Heben und Senken. Eine weitere Übung für die Kräftigung der Rückmuskulatur. Vorne ist das Kreis eines Gewichtes hinter dem Rücken. Das Terraband, sehr vielseitig einsetzbar, auch für die Kräftigung der Rückmuskulatur lässt es sich wunderbar verwenden. Die nächsten Übungen dienen der Kräftigung der seitlichen Rumpfmuskulatur. Die erste Übung daraus, der Seitstütz. Die erste Übung daraus, der seitlichen Rumpfmuskulatur. Hier eine weitere Variante, um die seitliche Rumpfmuskulatur zu kräftigen. Daraus, der seitlichen Rumpfmuskulatur. Herzlichen Dank für deinen Einsatz. Keine Schweißperle auf der Stirn. Bewundernswert, wenn ich das auch so könnte. Wir haben jetzt eine Vielzahl von Übungen kennengelernt. Stärken der Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, Rumpfmuskulatur. Wer braucht das letztendlich? Sind das nur die Profischwimmer, die Profitriathleten? Oder ist der Einsatz auch bei Amateuren im unteren Volksdistanzniveau notwendig? Also in erster Linie sind die Übungen für jedermann wichtig. Ob jetzt Schwimmer, Radfahrer oder Läufer. Jeder, ob Einsteiger oder Profitriathlet, profitiert von diesen Übungen, um wirklich auch eine stabile Wasserlage im Wasser zu erreichen. Wenn man davon ausgeht, so als normaler Triathlet ist man vielleicht zwei, drei Stunden die Woche im Wasser. Welchen Zeiteinsatz sollte man für diese Übungen zusätzlich einplanen? Der zusätzliche Aufwand für diese Übungen ist eigentlich relativ minimal. Man kann diese Übungen nach dem Radfahren oder nach dem Laufen oder beispielsweise auch vor dem Schwimmen am Beckenrand auf dem Schwimmbrett umsetzen. Da reichen 20 bis 30 Minuten. Die Übungen sollten am Anfang vielleicht nicht länger als 30 Sekunden. Später kann man das auch 45 Sekunden bis eine Minute steigern. Und jede Übung so circa dreimal und das Ganze zwei bis dreimal die Woche, da erreicht man schon einiges. Das ist aber schon nicht ohne. Bei zwei bis drei Stunden Schwimmtraining, da machen wir, sagen wir mal, sprich anderthalb Stunden Kräftigungsübungen dazu. Wäre es nicht effektiver, die Zeit mehr im Wasser zu verbringen oder wie siehst du das? Nein, ganz im Gegenteil. Also man kann ja auch mit diesen Übungen gerade für das Wassertraining, für das Schwimmtraining eine optimale Voraussetzung schaffen. Diese Übungen dienen uns ja wirklich schlussendlich, uns im Wasser besser voranzubewegen, eine stabilere Wasserlage zu haben, die Rumpfmuskulatur stabil zu halten, dass wir eben nicht wie eine Schlange uns durchs Wasser bewegen und wirklich effektiv nach vorne uns vorantreiben können. Du hast so vorhin auch eine schöne Übung mit so einem Gewicht gehabt, was man nicht gesehen hat, das Ding wiegt ein Kilo. Ist das schon ein fortgeschrittenes Niveau? Muss man gleich mit der Milchtüte starten oder gehen noch kleinere Gewichte? Also am Anfang kann man auch diese Übungen, die wir vorhin gesehen haben, auch ohne ein Gewicht machen, dass man wirklich nur die Arme vor dem Körper, vor dem Kopf und hinter dem Gesäß zusammenführt und man steigert sich da am besten rein. Geht dann nach individuellem Niveau, nach Leistungsniveau. Das kann jetzt ein Kilo sein, das kann auch ein Handtuch sein oder ein kleiner Tischthändisball. Und dann kann man das durchaus steigern, vielleicht jetzt in diesem konkreten Fall, circa so drei Kilo. Das ist, denke ich, eine schon sehr, sehr gute Leistung. Man muss den Gesamtzeiteinsatz auch relativieren. Hat natürlich nicht nur positive Auswirkungen auf den Schwimmstil, auf das schnelle Schwimmen, sondern lebt sich natürlich auch aufs Radfahren, aufs Laufen, aufs Rückenprobleme, hat Rumpfstabilisationsübungen. Wie wirkt sich das aus? Ja, also die Rumpfstabilisationsübungen oder die Kräftigungsübungen der Bauchrückenmuskulatur weiß sicherlich jeder, hat natürlich nicht nur einen positiven Einfluss auf unsere Schwimmtechnik, sondern natürlich auch im Alltag für das Radfahren und Laufen haben wir genauso gut Effekte dafür erzielt. Ralf, nochmal allerherzlichsten Dank. Dieses und viele weitere Themen werden wir in unseren Schwimmseminaren vertiefen und wir würden uns freuen, wenn wir euch da begrüßen dürften. Viel Spaß. Ciao.